Lass den Spaß beginnen. Haha, zum Schießen! Sie versuchen das Licht zu fangen. Das könnt ihr nicht, Jungs. Ihr könnt das Licht nicht fangen! Ich würde das gern kommentieren. Bringt die Apparatur. L-O-L. Laugh out loud. Ja, das hab ich getan. Diese Weihnachten. Hast du das da schon mal gesehen? Noch nie. Erlischt die Magie, die sie zum Leben erweckt hat. Teddy und Dexter, sie verhalten sich komisch. Was machst du denn? Ich glaube, er konnte nichts dafür. Oh, ich bin Larry. Ich gebe keinem Affen die Schuld. Daley. Und ihm bleibt eine Nacht. Sie alle verlassen sich auf mich. Um sie alle zu retten. Das alles könnte aufhören und dann kommt's auch nie wieder. Wir müssen nach London und eine Lösung finden. Ohne uns wirst du verloren, Gigantos. Knuddel mich. Hallo, willkommen im British Museum. Ich bin Larry Daley vom Naturkundemuseum in New York. Boah, wie abgefahren. Muss voll krass sein, so als Wachmann in Amerika. Mit euren Knarren, mit Schalldämpfer, mit euren Ninja-Schwertern. Damit liegen Sie sowas von daneben. Teddy, in Krisen braucht man Männer wie Sie. Hat sie da. Jetzt haben wir auch Muskeln. Dada. Nein, ich bin nicht ein Dada. Ja, ja, wir sehen uns ähnlich. Dada. So lange sind wir alle tot, nehmen nie wieder einen Atemzug. Honnen hyperventilieren nicht. Ohne neige Tage. Das ist das letzte Rodeo, Kumpel. Ich bin eben so angeekelt wie dankbar. Ernsthaft? Das war jetzt wirklich nicht nötig. Hat der Affe immer das Sagen? Er hat nicht das Sagen, wir folgen ihm nur. Demnach hat der Affe das Sagen. Ja! 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 Nie von der großen Katze wegrennen. Bei sowas Süßen müsst ihr mich doch vorfahren, Leute. Nachts im Museum, das geheimnisvolle Grabmal. Du weißt, was zu tun ist? Töze. Genau, du darfst ihn nicht rauslassen. Lass mich hier sofort raus. Was glotzt du mich so an? Bist du noch nie einer hinreißenden, attraktiven Frau begegnigt, die Model geworden wäre, wenn sie nicht so auf Pizza stehen würde?